Erleben Sie eine neue Dimension für Ihre Gesundheit. Herzlich Willkommen in der Vitalitäts Academy. Lernen Sie die Signale Ihres Körpers zu verstehen. Aktivieren Sie, was Sie stark macht. Fühlen Sie sich rundherum wohl und warm. Wasser. Wärme. Und Ruhe. Verwandeln Sie sich von erschöpft zu wie neu geboren. Lassen Sie Ihre Energie gleichmäßig fließen. Genießen Sie einen elektrosmogfreien Raum. Konzentrieren Sie sich auf das Hier und Jetzt. Herzlich Willkommen in Ihrer Vitalitäts Academy. Man. WuGang. Vielen Dank.